Und unser Jüngster, der Jakob, der ist 14 und das ist ein ganz anderes Kaliber. Gut, mit 14 ist er mitten in der Pubertät und mein Mann sagt, mit 14, da darf er auch ein bisschen eigen sein. Aber gefälligst so, wie wir früher waren, verstehst? Schon mal eine halbe oder zwei oder vielleicht heimlich mit dem Bulldog zur Disco fahren, was man halt so macht als junger Mensch mit 14.